Es gibt eindeutig angenehmere Sachen, was man seine Lunge abends tun kann. Wie alle wachen sind. Guck mal, was haben wir denn hinter uns? Guck mal, wer. Nehm mir. Hä, von wo denn? Der ist gestorben? Der ist schon tot. Alles klar, ich glaube. Unter uns. Auf die Wach oben. Appen, 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 Appen. Appen. Die Musik ist gut. Der ist gleich die Nuggets-Durcheinander-Eröffnung. Och, Alter. Ja, was macht das, Digga? Oh Gott, ey, so eine Gurke. Ja, keine Ahnung. Ey, oben. Ich weiß ja nicht, wo du wieder Finger geklemmt hast. 1 zu 0 für den Kühlschrank. Oh Mann, ey. Da war der Schließmus-Ding so fest. Ich bin da jetzt rausgesprungen, ja. Da geht's hin. Ja, okay, dann gehen wir da hin. Volles Riss-Hall-Fangat hat's hier. Kiegt man, ne? Kiegt sich so... 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 Kann man einspielen oder was? Nein, aber ich kann was dagegen tun. Die wollten mich einspielen, oder? Boah! Digga, die kommen mit Wokern und so! Was sagst du jetzt so? Oh, meine, aber ein paar Winnige Arme! Meine, aus dir, du! Mit dem geh ich, Gazi! Da oben, Alter! Oh, mein Gott! Da oben hab ich da! Ich bin nicht mit, Kollege! Und tschüss! Halb mich hier, halb mich hier, halb mich hier, halb mich hier! Ja, dann bleibst du halt hier liegen! Halb mich hier, bleib! Ja, dann bleibst du auch hin! Wer war jetzt? Alter, wo wirst du hin? Ach du! Achtung! Keks, du bist das jetzt! Ich hab... Ich hab... Ich hab... Er hat doch alles lang gedauert! Oh, wie laut bin ich! Oh, wie laut bin ich! Und ich hab... Oh, wie laut! Oh, wie laut ist... Ich hab das jetzt! Weil ich jetzt... Oh, wie laut ist... Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Ich bin ganz gut. jetzt hab ich den Ding geschossen Du kannst auch gerne hier reinkommen, damit ist der schwarze Knopf, Bruder. Du liegst oben, ich lieg oben, du liegst unten, ne ne, du lieg unten, ich lieg oben. Mir ist mal angenehm, es hat wieder zwei Waffen, das war's. Kick ist der, Kick ist der Mörder, ich weiß nicht, wer diesmal der Mörder ist, der, der sich gerade verraten hat, ich bin eh unauffindbar. Ich bin hier im Tüttchen. Ich hab' noch so viel, ich bin bestimmt auf keinem Klo. Guck mal, ich hab' dich gefallen! Ich bin in diesen Raum reingegangen, da was verraten zu tun. Ich hab ihn gefunden. Hab dich. Hallo? Hast du Stress oder was? 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 Ich hab ihn nicht verloren. Tja, musst du arbeiten gehen? Du musst arbeiten oder was? Hast du Probleme oder was? Was ist das für ein Auto, Junge? Das ist Steffi, Alter. Haukt noch nicht schon jemand drin bei uns? Robin, ich nicht. Wahrscheinlich bin ich das. Robin, ich nicht. Wo? Ja, ja, Robin. Deine eklassige Maschung mit der Treppe, Junge, Alter. Ich vertrau dir nicht. Ich vertrau dir nicht. Ich vertrau dir nicht. Ich vertrau dir nicht. Wir vertrauen uns alle nicht. Ja, das ist kein Problem. Warte, geh mal da rein. Geh mal da rein. Geh da rein. Geh da rein jetzt. Geh da rein. Nein, nein. Nein, ich dachte, du bist bitte. Hast du nicht. Ja und? Verhol doch die Mütze. Ich hole die Mütze da. Hab die Mütze geholt. Siehst? So, hol den Knapp. Du bleibst jetzt drinnen, Alter. Boah, wie hier? Ja, hier schieß ich was. Ich traue dir nicht. Ich geh auch nicht. Aber du hast mich schon dreimal geschossen. Weil ich dich nur einmal geschossen hab. Oh, Alter. Oh, wirklich? Warum rutsch mir so da, ja? Einfach voll toll, ne? Ja, da kämpft er doch. Oh nein, das ist die gleiche Masse, die er mit mir auch gemacht hat. Hallert. Oh. Er war doch nicht der Mörder. Okay. Wieso auch nicht zielt? Das war hundertprozentig Steffi. Zielt dann sie auch nicht. Hundertpro. Ah, sie hat geschossen. Sie wollten mich killen. Oh, die Scheiße. Hat er mich jetzt nicht aufgekillt. Ha! Ich war traurig. Ha! Hasst du jetzt gar nichts, ne? Ja, ne ne.